Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Heute zu einer XXL Rätselstallausbeute zum neuen Stall Tokio. Dort kann das neue Meerschwänchen drin sein. Mein Bruder hat auch schon dazu ein Video gemacht, die Tage. Das kam auf jeden Fall schon online. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Schauen wir mal einen Fasanstall. Hier haben wir einen Maulwurstbaum, gelb. Ein Storchennestgelb. Das ist auf jeden Fall bis jetzt noch nicht so das wahre. Und hier haben wir den ersten Orangenenstall, nämlich einen Schafstall. Aber den nächsten Fasanstall, den nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Dann haben wir den ersten Huhnstall. Einen Hamsterstallgelb. Einen Huhnstallgelb. Einen Falkenhorst, der erste. Dann haben wir hier nochmal einen Huhnstallgelb, äh Orangenstallgelb. Den nächsten Fasanstall. Und hier haben wir eine Bisonwrench. Hier haben wir den ersten Igel, Orange, richtig geil. Den finde ich vom Design mega gelungen. Hier haben wir den nächsten Huhnstall. Und hier haben wir einen Entenstallgelb. Oh, Roche. Taubenschlag könnte auch mal ein Orangenes-Upgrade kommen oder vom Maulwurstall. Bisonwrench, die zweite. Der ist zum letzten Mal übrigens dabei. Finde ich auf jeden Fall gut, wenn man den bekommt. Bis jetzt noch nicht so wie, dass ich zufrieden sein kann. Hasenstall. Nochmal ein Fasanstall. Entenstall. Eine Bisonwrench, die dritte. Sehr gut. Einen Schweinestall. Da haben wir den vierten Bison. Nochmal ein Igelstall. Nice. Jawohl, da ist das erste Rotkirchen-Nest. Da habe ich auch erst einen davon. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Maulwurstallgelb. Da auch mal ein guter Stall. Aber immer noch kein Meerschweinchenstall. Hier haben wir auf jeden Fall noch meinen Fasanstall. Hier haben wir ein Storchennestgelb. Leider auch noch kein Upgrade. Hier haben wir zum ersten Mal den Hamstallstall in Orange. Und gleich nochmal ein mega geil. Und den ersten Bärenstall Orange. Nochmal ein Hamsterstall Orange. Nice. Hier haben wir einen Fasan. Und der erste Account geht gleich zu Ende. Und noch kein einziger Meerschweinchen. Hier haben wir einen Huttern. Einen Maulwurfsbau. Und einen Schafstall. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich zum zweiten Account. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier beim zweiten Account. Ich hoffe, hier habe ich ein bisschen mehr Glück. Und Stahl. Ich mache nochmal kurz das Klicksound an. Das habe ich vergessen einzuschalten. Hier haben wir einen Maulwurststall Gelb. Nochmal ein Orangenen in den ersten Häute. Sehr geil. Hamsterstall Orange. Hasenstall. Hier haben wir den Hamsterstall Gelb. Und immer noch keinen einzigen Meerschweinchenstall. Schade, schade. Der erste Taubenschlag Orange. Hasenstall Orange. Maulwurstbau ist schon der dritte Orange. Der vierte. Taubenschlag Gelb. Hamsterstall Gelb. I-Gestall. Der erste Gelb. Nice. Ente Orange. Storchennäste. Das erste Orange, ne? Viele, viele Sonderställe. Bis auf zwei Stück bis jetzt hier in diesem Account. Das ist schon heftig. Aber immer noch kein Schweinchen. Gibt's doch nicht. Wie verhext. Hier haben wir einen Taubenschlag Orange. As-Gits-Nahal. Einen Sonderstall Falkenhost. Oh, hier haben wir nochmal ein Rotkirchen. Das ist nice. Storchennäste. Und da ist er. Der erste. Nice. Und hier haben wir einen Fassahnstall. Hier haben wir nochmal einen Hamsterstall. Falkenhorst. Ein Hamsterstall. Nochmal eine Bison-Range. Taubenschlag. Maulwurfstall Gelb. Und jetzt haben wir noch sieben Stück. Ich hoffe nochmal, dass einer dabei ist. Mindestens einer. Sieht aber im Moment nicht so danach aus. Hier haben wir nochmal ein Igelstall. Nochmal ein Fassahn. Nochmal ein Storchennest. Hier haben wir nochmal ein Rotkirchen-Nest. Und jetzt nochmal ganz fest die Daumen drücken, dass es jetzt klappt. Aber nein. Es ist am Ende leider nur ein einziger geworden. Aber beschweren darf ich mich nicht. Es war trotzdem eine super Ausbeute. Sehr viele orangene Upgrades, die ich auf jeden Fall gut gebrauchen kann, um die Scheune voll zu kriegen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit mehr Schwänchen. Worauf ich mich auf jeden Fall am meisten freue, dass ich drei Stück von den Rotkirchen-Nesten habe. Ja. Es hat auf jeden Fall trotzdem viel Spaß gemacht, diese Stelle zu öffnen. Checkt auf jeden Fall mal das Video von meinem Bruder ab. Der hatte ein bisschen mehr Glück. Das kann ich schon spoilern. Mehr sage ich dazu nicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis zum nächsten Video. Ciao.